hallo ihr lieben heute bringe ich euch wieder eine weihnachtskarte mit mich hat das stempel set weihnachtself so angetan und da musste ich jetzt unbedingt was draus machen und ja ich wollte euch ein bisschen teilhaben lassen dran also wer lust hat guckt mit und bastelt mit mir so was braucht ihr alles also zuerst mal braucht ihr das stempel set weihnachtself da habe ich jetzt auch hier diesen diesen elf der da an dieser und dieser stange lehnt und den weihnachtsgruß rausgenommen hier habe ich noch mit sternen heiß im post damit ein bisschen ja das ist ein bisschen erhabend ist und ja sie muss ein bisschen mehr ausschauen so so dann braucht ihr ich habe jetzt hier farbkarton in jade genommen maße sind 21,0 auf 14,5 und gefalzt habe ich in der mitte bei 10,5 dann braucht ihr für den einleger ein stück weißen farbkarton in flüsterweiß in 14,0 auf 10,0 dann habe ich braucht ihr noch mal einen kartenaufleger für außen dann der hat die maße 14,5 auf 9,5 und gefalzt wird der jemals rechts und links bei 0,5 und 1 cm aber das mache ich nachher mit euch zusammen dann braucht ihr designer papier ich habe jetzt passend zu dem farbkarton in jade habe ich das genommen hurra es schneit findet ihr im neuen winter sommer quatsch herbst winter katalog auf der seite 20 und das stempel set hier findet ihr auf der seite 20 22 was wir benutzt haben ich schreibe euch aber alles wieder so wie immer unten in die infobox und dann könnt ihr das mit der artikelnummer mit allem könnt ihr das nachlesen auch die papier maße und alles was ich verwendet habe also ihr braucht von dem designer papier braucht ihr zwei kleine stücke streifen viel mehr in den maßen 14,5 auf 1 cm und nachher für den wimpel da oben braucht ihr noch mal ein kleines stück farbkarton in 4 cm auf 6,8 cm und im designer papier habe ich auch wieder das genommen 7 cm auf 3,4 cm aber das bearbeiten wir dann noch dann habe ich das schon mal vorbereitet hier ich habe das hier schon mal aufgestempelt und zwar wir malen das nachher noch mit mit stamping plants aus das sind alkoholmarker da müsst ihr ja ich habe jetzt einfach mit mit station habe ich da auf auf gestempelt weil das wird einfach feiner die tinte ist einfach hat bessere konturen finde ich da kommt der stempelabdruck besser raus dann braucht ihr habe ich stempelkäse im bermuda blau könnt natürlich auch jade benutzen wenn ihr das da habt mein paket ist leider immer noch unterwegs ich warte seit einer woche drauf ständig bleibt es in irgendeiner anderen station hänger und dann geht wieder zwei tag gar nichts also ich bin ja mal gespannt laut vorhersage soll es morgen kommen aber das haben sie am freitag auch schon gesagt dass es freitag kommen soll so dann braucht ihr für diese für dieses schildchen und nachher für das hier unten braucht ihr einfach diese stanzformen bestickt immer wie heißen die denn genau stanzformen stickmuster da habe ich die ovale hier einmal das kleiner ganz kleine und einmal das zweit also das nächst größere habe ich benutzt so und das stempel set und dann braucht ihr noch ein kleines schwämmchen da gibt es diese diese runden ich habe die einfach geachteilt hier und dann hier einfach mit der farbe mit die ich dann benutze einfach hier mit zwei klammern hier fest getackert und dann kann man das nämlich gut in die hand nehmen und dann wird man nicht so voll okay dann würde ich sagen fangen wir mal an also zu allererst falzen wir das erst mal so und dann könnt ihr eigentlich schon den den einleger da rein machen dann ist uns der schon mal aus dem weg der ist für innen so und dann kleben wir uns schon mal diese beiden streifen an jeweils den rand das könnt ihr entweder macht ihr das mit tombo also mit unserem flüssigen kleber oder ihr nehmt doppelseitiges klebeband allerdings beim tombo könnt ihr noch ein bisschen rutschen doppelseitiges klebeband geht nicht mehr wenn das hebt dann hebt es und da gibt da nichts mehr nach da könnt ihr also dann nicht noch mal ruckeln also da müsst ihr wirklich schon von vornherein wirklich seht ihr so perfekt kleben weil sonst geht es nicht mehr einmal rechts und einmal links so so lassen wir einen moment trocknen in der zwischenzeit falzen wir schon mal unseren aufleger hier also das ist der aufleger mit den 14,5 auf 9,5 und da wird jetzt wirklich beidseits gefalzt dass er auf der kurzen seite bei 0,5 und das bleibt nicht so und bei 1,0 so und dann wenden wir das so das war es eigentlich schon so und dann nehmen wir jetzt die seite wo also nicht die wo wir gerade rein gefalzt haben sondern die andere seite so damit es so hervor steht und dann nehme ich mir hier ein kleines schmierblatt damit ich meine unterlage nicht wieder ein tinte so und dann nehmen wir unser stempelkissen so und dann machen wir jetzt so ein bisschen hintergrund denkt da alles ein bisschen rein dass das so ich tue es hier erstmal noch ein bisschen und dann geht ihr einfach so vom rand her so ein bisschen und lasst es nach oben hin auslaufen hier unten darf es ruhig ein bisschen mehr sein so das war es schon da kommt man auf die seite jetzt lassen wir das ein bisschen trocknen und jetzt kümmern wir uns um den ja machen wir doch den wimpel erstmal genau also da haben wir jetzt was habe ich vorhin gesagt ich habe jetzt hier 3,2 da guckt ihr jetzt einfach mal die mitte 3,2 das sind dann 1,6 und dann macht ihr euch einen strich und das schneidet ihr jetzt einfach mittig hoch so lang wie ihr wollt je nachdem wie spitz euer wimpel sein soll so dann können wir den eigentlich auch schon auf das unterstück aufsetzen also ich habe hier mit absicht ein bisschen den größer größer angegeben weil dann könnt ihr das nämlich je nachdem noch abschneiden wie ihr das wollt von der von der breite her der eine mag hier vielleicht mehr rand der andere weniger rand ja so kann jeder das so für sich entscheiden und vor allem habe ich hier die möglichkeit dass dass ihr hier den spitz noch machen könnt weil man kriegt das meistens nicht immer so exakt genau hin und ich klebe das dann auf und dann schneide ich das erst aus und dann habe ich das so wie ich das sagen will so genau da ist ein bisschen zu lang das kürzen wir noch ein bisschen brauchen wir ja nicht so und dann eben wie gesagt dann habe ich hier diesen weihnachtself schon mal auf gestempelt und der wird jetzt einfach ausgemalt ich habe den jetzt eben mit den stemping glänze ausgemalt ich habe da genommen hier zum beispiel da jetzt hier da bleiben das ist jetzt bermuda blau das passt finde ich super zu ja der ist halt ein bisschen kräftiger dann für das für den anzug und die mütze habe ich blutorange genommen für die haare espresso und für die glöckchen für das glöckchen und so habe ich ananas genommen und für das schild hier die farbe lindgrün wobei ihr könnt den müsst ihr ja jetzt nicht eins zu eins gleich ausmalen ihr könnt ihr auch mit den farben ein bisschen spielen schaut einfach was ihr zu hause habt ihr könnt ja wirklich alles benutzen wo ihr lust habt dazu und ja und dann wird der ausgeschnitten ich habe das natürlich schon mal vorbereitet weil sonst wird das hier ein endlos video eben hier habe ich jetzt die farben mal umgedreht ich habe jetzt die stange habe ich rot gemacht und das eben hier das habe ich den anzug habe ich grün gemacht also im bermuda blau und das ganze noch ausgeschnitten und jetzt brauchen wir brauchen wir nochmal unsere unterlage weil jetzt geht es ans embossen so jetzt gucken wir mal wie wir den ungefähr hier haben wollen dass wir wissen wo wir unsere sterne so ungefähr wo wir dann aussparen müssen so dann habe ich hier meine acrylblock und dann haben wir hier die sterne so eben die sterne sind hier da mit drin die da sind recht niedlich so und dann nehmen wir unseren embossing body und gehen hier mal kurz drüber damit wir die statik jetzt einfach hier ein bisschen von dem blatt papier nehmen und unsere fett finger so jetzt gucken wir mal wie wir den da haben wollen und jetzt stempeln wir da einfach so unsere sterne drauf wie wir das haben möchten könnt einfach auch ruhig ein bisschen den stempel immer auch drehen machen wir hier noch so ich denke das wird dann auch reichen schauen wir mal ja ich denke da können wir noch einen hinsetzen ja ich denke da können wir noch einen hinsetzen so dann kommt unser pulver ich habe jetzt ein normales weiß genommen kommt bestimmt mit dem neuen schimmer weiß was wir haben kommt bestimmt auch noch gut probiere da halt mal aus oder macht es in silber silber kommt bestimmt auch gut ich habe es jetzt einfach mal in weiß gemacht so so jetzt wird es einmal kurz laut jetzt wird es einmal kurz laut so jetzt müsst ihr echt aufpassen der föhnen wird sehr sehr heiß da kann man sich rucki zucki die finger verbrennen also die finger immer schön in sicherheit bringen seht ihr das schmilzt auch schon schön seht ihr das schmilzt auch schon schön so das war es schon bisschen abkühlen lassen so so jetzt können wir das eigentlich so wie es ist können wir das eigentlich schon aufkleben ich mache das jetzt mit flüssig kleber weil die karte sich durch die hitze hier hat sich das natürlich ein bisschen gewählt der aufleger und durch den tombo wird es wieder behoben weil dann kann das papier sich nicht mehr wellen oder aufbäumen so jetzt guckt ihr dass ihr das hier schön mittig da rein bekommt das ist also wie gewollt die hat also die gleiche größe wie also länge hier wie die karte so so genau so jetzt können wir unseren weihnachtself da schon drauf setzen mit mit dimensionals machen wir das da dürfte also auch ruhig müsste nicht sparen wenn das schon sehr filigran ist ich mache jetzt hier erstmal bei diesen großen flächen die großen hin den rest mache ich dann noch mit den kleineren so hier haben wir die kleineren und da oben an die kugel ist ganz wichtig weil die steht immer gerne ab so und dann an dem an der stange entlang so ah ja was ich noch vergessen habe ist eben diese zwei dinge hier ausstanzen genau den müssen wir hier erstmal hier unten dran kleben das ist wie so die fläche für den für den elf wo der drauf sitzt sieht dann aus wie wenn er so im schnee sitzt ein bisschen natürlich könnt ihr müsst ihr jetzt nicht gerade die bestickten nehmen ihr könnt auch jetzt wenn ihr eine oval habt ohne diese perforation außenrum könnt ihr das natürlich auch nehmen ist vielleicht auch ein bisschen reeller realer oder wie man das auch nennen will na ich will nein ich will da nicht mit drauf so na komm das ist heute wieder so mühsam na stunden später so und dann setzen wir den jetzt hier drauf wenn es geht gerade so gut andrücken supi so dann kann auch unser bimpel schon drauf ich kann mir das jetzt ganze zum beispiel auch mit mit rot ganz gut vorstellen weil dieses papier hat auch dieses das gleiche muster auch in glutrot das kommt bestimmt auch gut müsste mal gucken wie er das am besten ja man kann ja rumspielen mit den farben ne das ist ja nett so so dann kommen wir zu uns machen wir erstmal den stempel sauber hier dann machen wir unseren spruch drauf diesen weihnachtsgröße so ich habe den deswegen genommen weil das zeige ich euch gleich da komme ich jetzt gerne gerade weil nämlich hier weihnachtswerkstatt drauf steht und es ist ja die gleiche schrift wie hier seht ihr diesen kleinen kringel da am am w ja so so dann machen wir jetzt schön da drauf so dann machen wir gleich wieder sauber in der schrubbkiste in der schrubbkiste die ist gold wert ich sag's euch so der wird gleich wieder verräumt so dann kommen hier auch noch dimensionals drauf müsste aber aufpassen weil wir haben ja hier nicht die ganze breite darum habe ich das jetzt nur so hier mittig gemacht so so und ich setze den jetzt ein bisschen schräg drauf weil gerade kann jeder und darum mache ich den schräg drauf so jetzt könnt ihr natürlich noch ich habe jetzt hier noch paletten drauf gesetzt ähm ja gucken wir mal so ich habe da hier noch vom ich habe mir jetzt die genommen paletten bunter schimmer die sollten glaube ich auch noch im sortiment sein ich weiß es jetzt gar nicht mehr hier machen wir doch noch ein paar da drauf und dem ganzen noch ein bisschen farbe zu geben hier noch da noch hier vielleicht noch dann können wir da auch noch drauf machen dann können wir da auch noch drauf machen einmal hier und einmal da so das sind jetzt so ganz kleine mini klebepunkte die waren ich glaube bei diesen bei diesen bei diesen ähm bundle was es im frühen im sommer gegeben hat mit diesen möwen und so und ähm ja da ist ja immer alles dabei da braucht man nicht extra irgendwas da haben die da so ein so ein kleines päckchen mit ganz kleinen mini glue dots also klebepunkten dabei gelegt ja und es ist natürlich immer gut bemessen alles ja und dann war das jetzt ganz geschickt dass da noch was da war so ich hätte jetzt gerne noch ein größeres wo sind die denn ja ist halt noch jetzt eine rechte Fummelei hier da machen wir noch einen kleinen hin so da kann jetzt noch ein großer hin und dann hier auch noch ein kleinerer so müsst ihr halt schauen wie es euch besser am besten gefällt wie gesagt da hat es glaube ich drei verschiedene Größen drin auch ganz nett so schon ist die Karte fertig so so schaut jeweils in einer anderen Farbe ja ich finde kann man sehen lassen oder denke ich auch gut ich wünsche euch ganz viel Spaß beim nachbasteln und bis zum nächsten Mal tschüss eure Niki im 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 Untertitelung des ZDF, 2020